Hallo und herzlich willkommen und da sind wir wieder zurück bei Stranet Deep. Und ja, wir sind sehr tief gestrandet. So, wir wollten unser Floß fertig bauen, um einfach mal ein bisschen erkunden zu gehen. Schwimmen. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Ah, wir wollten den Anker bauen. Genau, wir wollten den Anker bauen. Dafür haben wir Seile gebraucht. Und Steine. Haben wir denn jetzt Seile mitgenommen? So, wir haben drei Seile. Ich glaube, wir haben aber vier gebraucht, oder? Na, wir werden sehen. So, bei C. Erstmal wieder zurechtfinden mit dem ganzen Baumenü. Und ja, wir haben vier Seile gebraucht. Okay, das ist ja kein Problem. Die Fische, stimmt, wir wollten die Fische braten. Hm, es tut mir leid, jetzt den Weg umsonst gelaufen. Einfach, weil ich verwirrt bin. Ah, das bin ich ja so auch immer. Irgendwie. Da ist unser Messerchen. Und da ist unser Lagerfeuerchen. Und da ist unser Keindling. 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 Hahaha. Okay. Schlechte Witze. Kann ich. Also, aber gut, das haben wir ja schon lange rausgefunden, dass ich das kann. Okay. Na, komm schon. Aber ich hoffe, wir können irgendwann eins herstellen, das schneller geht. Oder wir können uns ein Feuerzeug basteln oder finden. Oder, ja, wirst du schon. Weil das dauert ja immer so ewig lange. Huch. Ja, ich versuche mal mit der Maustaste, weil es für mich irgendwie so logisch ist, mit dem Schwert zuzustechen. Ja. Mit dem Messer zuzustechen. Ach komm, hör auf dich zu ekeln. Sei doch froh, dass du was zu essen hast, Mädel. Und zehn Tage. Zehn Tage mehr, als ich dachte. Ja, hat auch viel damit zu tun, dass ich, ähm... Nee, ich glaub... Doch, einmal hab ich bis jetzt neu gestartet. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil ich die Folge einfach komplett neu gedreht hab. Äh, weil ich ein bisschen... Ähm... Verärgert war. Ich bin nämlich beim Floßbau... ...an so einem blöden Ding hängen geblieben. Es ist aber echt überhaupt nichts passiert. Also jetzt nichts, äh, Großartiges. Und da hab ich mir auch gedacht so... Ja, okay, du hast jetzt nicht extra gespeichert vorher. Und, äh, jetzt ist das passiert. Ach egal. Mach's da einfach neu. Die Folge. Ja. So. Wir wollten noch ein Seil herstellen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann auf vierzehn. Uh, guck ich. Mh, level up. Mh, lecker, lecker, lecker. Dabei ist das alles noch nicht, noch nicht, äh, gebraten. Aber schon alleine, dass es brät. Ah. Äh, so. Anker. Wo mussten wir hin? Nicht pusten, Selina. Nicht pusten. Hm. Ja, da ist unser Flößchen. Dann müssen wir ja noch die Regalhalterungen bauen. Ah, wir haben noch viel zu tun. So. Äh, äh, äh. Ähm. Ein Anker. Hm? Was kann ich denn hier nicht? Ah, da. Okay. Okay, sehr schön. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das andere Ding da doch nicht besser wäre. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Hm. Okay. Äh. Stimmt. Pfeile wollten wir noch herstellen. Dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Und ein Segel. Stoffe müssten wir jetzt haben. Die haben wir ja alle eingelagert. Und ich habe ja gesagt, die neuen Stoffe, äh, die farmen wir dann und machen das so. Weil ich würde gerne das, was wir auf Vorrat haben, würde ich gerne auf Vorrat behalten. Wir wissen nämlich nicht, was uns auf der neuen Insel erwartet. Oder auf den neuen Inseln. Äh, ja, müssen wir mal ein bisschen gucken. Okay. So, hier ist das Holz. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte gerne noch zwei Stück machen. Wobei, wenn ich das, äh, jetzt so sehe, ob das nicht schon vielleicht die richtige Größe ist. Ha. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal alles gucken. Ob wir die Größe beibehalten. Ich glaube nicht. Ich glaube ich, 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 nee, ich mache noch ein bisschen. Ich mache das Kloß noch ein bisschen größer. Auch wenn das jetzt so ein bisschen mittig aussieht, äh, wie das angebracht ist. Vielleicht machst du auch noch links und rechts ein bisschen größer. Weil es hat ja trotzdem Auftrieb. Ähm. Müssen wir halt dann gucken. So. Die wollten wir ja auch mitnehmen. Gibt es hier noch kleine Palmen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Wir haben, glaube ich, einmal Superessen haben wir noch. Also eine Dose. Ähm. Dann müssen wir auch gucken. Okay. Dann will ich gar nichts. Wenn ich nicht alles haben kann, will ich gar nichts. So. Okay. Äh, ich habe mich doch dafür entschieden, aus dem, aus dem, aus der Kiste das zu nehmen. Aber ich glaube, wir kommen nicht genug zusammen, um, weil wir brauchen noch Seile. Und wir hatten etliche, aber die haben wir mittlerweile auch verbraucht. Das ist schon wieder Gewitter. Ja. Seht ihr? Wir kriegen gerade mal, gerade mal zwei Stück her. Äh, und es ist noch keins nachgewachsen. Das heißt, wenn wir jetzt die Kleidung herstellen, können wir keine Seile mehr herstellen. Und das ist halt schlecht. Ne? Gut. Äh, ich habe Aloe Vera angepflanzt hier. Ja. Ich fülle Kokosnüsse hier rumliegen. Hm. Ich habe gar nicht geguckt. Ja, essen. Essen. So. Haben wir ja eigentlich hier. Ja, sehr schön. Ist alles schon gekocht. Und diesmal ist sogar alles was geworden. Nicht so wie letztes Mal, wo die Hälfte... Ah. Dass er mir das immer erzählen will. Na, komm. Ja, gönnen das Fleisch. Fleisch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Also, wie gesagt, wir haben... Wir haben keine mehr, ne? Wir haben keine mehr. Oh, sehr schön. Ja, obwohl... Ist eigentlich jetzt egal. Eins. Das heißt, wir haben zwei über, statt einem. Weil wir ja vorher irgendwie drei hatten. Okay. Daraus können wir auch nur ein Seil herstellen. Dann werden wir gucken. Das ist ja auch nur das erste Versuchsobjekt. Äh. Ah, das ist schon links und rechts. Okay, weil hier sitzen wir. Hier sind unsere... Oder da vorne. Oder ich mach das so... War da jemand? Das ist halt jetzt schon so die erste Frage. Ist die vielleicht kalt? Nee. Okay. Also. Wir bauen wie folgt. Wir holen erstmal... Die Kleidung. Damit fangen wir an. Äh... Nein. Da. Die kann ich aber noch nicht nehmen, weil ich voll bin. Mensch. Die wollte ich mitnehmen. Hatte ich nicht hier irgendwo ein leeres? Nee, das da hinten war leer, ne? Ja. Ich bin sehr gut organisiert. So. Sehr schön. Dann hab ich jetzt auch genug Blätter. Das heißt, wenn ich mir wieder, äh, äh, trinken herstelle, kann ich das schön alles da reintun. Hier war... Genau. Ja, wir nehmen mal zwei Stück mit. Ich glaube, zwei Stück ist realistisch. Einfach den Sturm ignorieren. Einfach ignorieren. Ich weiß nicht, der war richtig laut, ne? Nee. Ich bin lauter. Ich bin lauter. Okay. So. Wir wollten ein, äh, Segel haben. Ich weiß noch nicht genau, für was das gut ist. So. Okay. Aber ich hab gehört, dass Segelboote und generell Boote fahren mit Segel. So, was haben wir hier noch? Was ist das? Wofür ist das gut? Jetzt brauchst du auf jeden Fall schon mal ein Seil. Ähm, das heißt, wir können das hier zurück tun. Und noch zweimal Seil bräuchten wir. Bzw. noch zweimal, ähm, äh, paar Blätter. Ja, jetzt bereue ich das natürlich, dass ich hier welche reingeschmissen hab. Das hätte ich mir schon fast denken können. Dass ich das ja irgendwann bereuen werde. So, wir haben ja einen Bogen. Wieso? Wieso hab ich mir noch nicht geguckt, wie man Pfeile herstellt? Weil wenn wir ein paar Pfeile herstellen, dann können wir nämlich rüber auf die andere Insel. Und dann machen wir diese Schlangen einfach tot. Äh, nein. So. Was bei Crafting? Speer? Fishing Rod? Nein, nein. Da. Oh, krass. Wir brauchen jedes Mal so ein Stein-Ding. Oh, Gott. Okay. Das sind aber große Steine, muss ich ehrlich zugeben. Okay. Äh, wir machen es folgendermaßen. Den Hammer, den lassen wir hier. Äh, wir probieren mal unser neues Floß aus. Äh, Feuer speicher ich natürlich. Weil, ähm, falls dem Floß irgendwas passiert, oder mir? Nein. Nein. Also, falls dem Floß irgendwas passiert, dann würde ich, äh, ehrlich gesagt weinen. Nein. Äh, okay. Äh, Axt brauchen wir auf jeden Fall. Holz brauchen wir zum Pfeile herstellen. Und, äh, das Messerchen. Oh, ich hab das Feuer nicht ausgemacht. Das ist aber auch im Regen nicht ausgeht. Da ist halt einfach Sturm und mein Feuer brennt weiter. Das ist Wahnsinn. Ich hab Sturmfeuerzeuge gesehen, die schlechter funktioniert haben. Okay. So. Äh, wir gehen nochmal auf die Insel von Wally. Äh, und da stellen wir auch Pfeile her. Weil hier haben wir keine Steine mehr. Okay. Ich komme. Oh, ich bin jetzt mal gesch- Also, ich bin richtig gespannt, wie das funktioniert mit unserem kleinen Paddelboot. Ähm, erstmal muss ich natürlich gucken. Ich war ja auf der Insel dahin. Oder ich fahr zu einer anderen Insel. Warum nicht? Was hält mich auf? Ich paddel jetzt dahin zu der Insel. Ähm, ich seh schon, dass das Problem ist. Seht ihr? Der Wind kommt von da. Das heißt, wenn ich dahin paddeln möchte, dann wär's kontraproduktiv, wenn ich hier, äh, das Ding aufmachen würde, oder? Äh, also muss ich's schieben, glaub ich, ins Wasser. So. Guck mal, ein Paddelbootchen. Aber das wird so eine Katastrophe. Ich seh's jetzt schon kommen. Ich werd einfach gefressen. Oder so. Okay. Hm. Hm. Gut. Ah, jetzt geht's los, ja? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das geht so schnell. Okay. Wir segeln. Leute, wir segeln. Ich hab ein bisschen Schiss. Ich würde gerne hier hinten noch ein bisschen zubauen. Äh, weil ich halt so ein bisschen Schiss hab, dass wenn jetzt so ein Hai kommt von hinten, zack ist das Ruder weg. Zack bin ich weg. Kann das passieren? Hm. Naja. Ich hoffe mal das Beste. Und bete. So. Da hinten ist noch was. Ja, wir haben's schon wieder. Also, wir müssen's merken. Ich fahre jetzt erstmal auch nur geradeaus, damit ich auch wieder weiß, wo halt die Insel ist. Ähm, ansonsten müsste ich mal echt anfangen, mit dem Kompass zu arbeiten. Oh, da ist auch was. Hier. Hm, hm, hm. Da ist irgendwas. Ist es normal, dass das Segel so zur Seite geht? Ich hab da wo auch komplett anders hingesteuert. Naja. Hauptsache, wir kommen an. Oh, da ist noch irgendwie eine Kiste. Oh, das ist halt natürlich wieder Entdecken, das ist meins. Man muss halt auch tierisch aufpassen, wegen den ganzen Viechern. Also wegen den Schlangen und, ne? Und wir dürfen diesmal nicht vergessen, den Anker zu lichten. Äh, nee, nicht zu lichten, sondern zu... Ach, rauszuschmeißen. Oh, auch hier scheint... Es ist nicht dieselbe Insel, oder? Nee. Auch hier scheint mal jemand gewohnt zu haben. Was ist das? Ah, das ist ein Bretter. Okay. Okay. Hallo. Oder ist eine Krabbe? Okay. Wir machen mal vorsichtig. Hier erstmal gucken. Coconut trink. Danke. Es ist halt immer sehr freundlich, wenn man irgendwo ankommt und dann als allererst was zu trinken bekommt. Dankeschön. Sehr freundlich. Also das sind die besten Gastgeber, ja? Keinen Klick brauchen wir jetzt nicht. Können wir eigentlich irgendwas mit ihm machen? Äh, ja. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was möchte ich mit ihm machen? Äh, nichts. Alles gut. Okay. Wir können ja eigentlich hier das zu Ende bauen, was wir bauen wollten, oder? Ja, warum nicht? Was hindert uns daran? Das hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, ich habe keinen Hammer mitgenommen. Ja, gut. Ich glaube, wir werden sogar hier übernachten müssen. Krabbe ist okay. Krabbe ist okay. Ayuaga? Ayuga? Ach, egal. Oh, Mann. Ich, äh, ähm, setze mich einfach hier mit dem Stein hin und, äh, werde erst mal hier reinschauen, was hier so drin ist. Ah, Leder, wie geil. Das haben wir gebraucht. Das schmeißen wir mal hier mit rein. Okay. Und ich würde sagen, wir schmeißen mal vier Stück davon hier rein und stellen uns vier Pfeile her. Was sagt ihr dazu? Das ist natürlich nicht in der Schnellaus... Ah, nee, ich muss erst mal die Messer herstellen. Genau. Erst mal diese Messerchen herstellen und daraus kann ich dann die Pfeile herstellen. Huch. Nein! Weil ich halt einfach dumm bin. Habe ich Sachen hergestellt, die ich nicht beabsichtigt habe, herzustellen. Da, Pfeile. Sehr schön. Interessant auch, dass ich keine Federn dafür brauche. Äh... Äh... Okay. So, wir wählen jetzt den Bogen aus. Wir gucken einfach mal. Also, falls hier irgendwas ankommt, wir sind vorbereitet. Oh, da ist ein Schweinchen. Nein! Wie krass! Wir haben es gut gebracht. Nein, haben wir nicht. Es lebt immer noch. Wie viele Pfeile braucht denn das Schwein? Oh, scheiße. Da, da ist es. Okay. Ich sehe nichts. Nichts sehe ich. Da läuft es. Ja, Mann! Okay. Ich habe ein bisschen Schiss. Okay, krass. Ja, es ist mir jetzt leid ein bisschen fürs Schweinchen. Oh, krass. Wie viele denn noch? Es kommt ja ordentlich was raus, ne? Okay, jetzt haben wir... Jetzt haben wir es aufgebraucht. Okay. Okay. Okay, zweimal Fleisch und zweimal, ähm... Äh, äh... Ja, Fell. Das müssten wir dann aber... Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Also, wenn hier Wildschweine sind, dann sind hier auch hundertprozentig Schlangen. Das ist natürlich geil. Ehrlich, das ist zu geil. Äh, ich traue mich trotzdem mal ein bisschen hier so. Weil wir brauchen ganz, ganz viele Seile. Ah, das ist hier nochmal ein Schweinchen. Das lassen wir jetzt leben. Weil wir haben jetzt ein bisschen Fleisch und alles. Ich bin ja jetzt nicht hergekommen, um Stress zu machen. Ich wollte ja eigentlich nur Seile. Die haben keine Seile gegeben, ne? Ah, das ist eine Jucca. Oh, ich hoffe, es fängt nichts an zu zischen. Zischen. Das auch. Das ist ein Vogel, oder? Okay. Okay, kein Platz. Für die Steine haben wir wahrscheinlich auch kein... Äh, okay. Okay. Ja, wir gucken mal hier drauf. So. Irgendwas müssen wir da lassen. Äh. Daraus stellen wir Seile her. Können wir doch gleich machen. Wir können doch gleich Seile daraus herstellen. So, dann könnten wir nämlich noch ein bisschen was davon mitnehmen. So, das sind auf jeden Fall zweimal Jucca. Ah, ich würde ganz ehrlich gesagt das hier noch mitnehmen. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ähm. Weil hier ist viel Zeug. Gut, das haben wir bei der anderen auch gesagt, oder? Ah, Mensch. Oh, ich habe irgendwie immer so einen Schiss, dass ich hier irgendwie am Farmen bin. So voll in Gedanken. Und dann fängt irgendwas an zu zischen. Ich bekomme das nicht mit. Und, äh, zack, dort. So, was haben wir hier? Ah, wir können das bauen, 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 bauen. Das ist, glaube ich, das Ding... Zischt da was? Nein. Das ist, glaube ich, das Ding, wo wir das... Moment, das ist unser Segel. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt was belasten soll, ne? Kann ich solche Kisten eigentlich auch bauen? Bestimmt. So, und wie bekomme ich dich jetzt da rein? Ah, Attach. Okay. Sehr geil. Huch. So, ich gucke gleich mal, ob ich so eine Kiste noch bauen kann. Dann können wir nämlich einen Haufen Zeug hier mitnehmen. Beziehungsweise, was ich dafür brauche, um es zu bauen. So, building... Kiste. Okay, das ist irgendeine Maus. Ah, die kann man auch... Kann ich die abbauen? Müssen wir mal gucken. Das müssen wir mal gucken. Ne, hier crafting. Kiste, Kiste, Kiste. Ne, tatsächlich... Konnten alle anderen bis auf mich Kisten bauen. Ehrlich, Spiel. Ehrlich. Ne, wir... Scharf. Scharf ist ja egal. Glaube ich. Ah, ich hab keine Kiste. Ich kenn... Hm. Ähm... Ja, Gebäude ist es nicht. Das ist es auch nicht. Farming ist es auch... Gut. Also, wir haben anscheinend, äh, keine Möglichkeit, äh, noch andere Sachen... Also, wir müssten, wenn wir losgehen, dann müssten wir die Kisten da immer mitnehmen. Und erst mal vielleicht ein bisschen hamstern. Äh... So, ich würde jetzt aber gerne da hin. Ach, Steine. Steine sind halt wichtig. Ja? Ich meine, gut, es ist alles irgendwo wichtig. Ähm... Wie viel kann ich die Pfeile zum Beispiel stacken? Das würde mich halt noch interessieren. Ich hab hier noch zwei Speere. Also, ein Pfeil würde ich gerne noch herstellen. Ähm... Wieso kann ich das jetzt nicht ihm hinwerfen? Wieso? Ah. So, okay. Machen wir es nochmal. So. Die stelle ich her. Und dann stelle ich daraus das her. Okay, auf jeden Fall geht es schon mal bis fünf. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Dass es halt mindestens bis fünf geht. Ah, das ist nur so eine komische Kiste. Ich seh halt gar nichts, weil es so dunkel ist. Und ich hab so Schiss. Ha. Das Floß will ich nicht bewegen. Weil das steht direkt so in der Richtung, dass ich weiß, wo ich wieder nach Hause komme. Wenn ich das jetzt bewege... Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich töte dich. Pass auf, ich töte dich. Halt ich fest, ich töte dich. Wo ist er? Ne. Ist sie das? Ne, das war sie. Wo ist sie hin? Die war hier. Da ist er, glaube ich, ich glaube, dass das das ist. Ich glaube, ich muss ein bisschen höher. Ich geh noch ein bisschen höher. Ah. Lebt die noch? Die... Ist das ihr ernst? Ist das die... Nee. Nee. Ist das ihr ernst? Was quietscht denn? Ist das Vögel? Ja. Boah. Wo ist die Schlange jetzt hin? Mann. Aber dass die halt mit meinem Speer in sich einfach abhaut. So. Nein! Noch so eine. Naja, wenn ich die... Die kann wahrscheinlich auch. Wo ist die? Da ist sie. Da ist sie. Oh. Okay. Jetzt ist er aber tot. Die ist jetzt aber tot. Oder? Ja. Gott. Gott. Ah, die andere ist weg. Die ist... Die ist mit meinem Speer in sich. Ist die weg. Ich lasse den Speer mal hier liegen. Ähm. Ich will jetzt nämlich mal wissen, was die Schlange gibt. Wahrscheinlich auch Fleisch. Genau. Boah. Aber kein Leder? Nee. Oh, ist das schade. Einfach nur kleines Fleisch. Okay. Also kein Schlangenleder. Ja, das mit der anderen ist jetzt halt... Die ist einfach mit meinem Speer zusammen verschwunden. Ich seh die aber auch absolut nicht mehr. Hahaha. Aber mein Speer steckt noch in dir drinnen und verrät dich. Die ist tot. Okay. Ah. Nachtschlange. Okay. Okay. Ah, und das Gast, ey. Ähm. Ja. Ich seh immer noch nix. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein, äh, kleines Lagerfeuerchen. Und essen unser Schlangenfleisch, äh, weil ich es verdient habe. Hahaha. Weil ich hier wie ein großartiger Held. Ah, cool. Hier ist auch noch Kleidung. Sehr schön. Okay. Häh. Hi. Nein. Wir verschwenden keine Pfeile. Werden wir alles noch brauchen. Kann ich die Sachen nicht auch einfach hier hinwerfen? So, was hab ich da drinnen? Ach komm, die Pflanze, die kann weg. Ich will mal ausprobieren, ob ich das hier einfach hinwerfen kann. So. Ein Stein. Okay. Ein Stein liegt da. Dem Stein geht's gut. Der Stein hat keine Schmerzen. Ich könnte natürlich von Insel zu Insel gehen. Und mein Boot immer weiter erweitern. Könnte ich auch machen. So. Ja, die Kleidung wiegt auch nicht viel. Die kann man auch mal auf dem Floß liegen lassen. Das ist ja kein Problem. Glaube ich. Ich frage mich echt, ob ich die Steine einfach so mitnehmen kann. Cool wär's. Bin ich ehrlich. Oh, ich seh gerade. Gut. Äh, wir werden in der nächsten Folge ein bisschen Schlangenfleisch braten. Äh, wir werden auch auf dieser Insel hier bleiben. Äh. Denn, ja. Es ist eine coole Insel. Ja. Es ist auf jeden Fall eine coole Insel. Ich würde gerne... Hä? Hatte ich nicht viele von den Pleinen? Ah, nee. Damit habe ich ja das Regal gebaut. Das stimmt. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne das Leder. Nein, nein. Du sollst das Leder da reintun. Äh, so, so, so. Und, äh, die Pflanze, die lassen wir hier. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.